Seit wenigen Jahren hat sich bei uns bei der Buchse ein Pilzkranketein geschlichen. Das sogenannte Buchsbaum-Triebsterben oder Cylindrocladium buxicola. Das beginnt mit ein paar wenigen braunen Blättern, die sich typisch rund wie ein Fingernagel anfangen zu verfärben. In einem späteren Stadium lässt die Pflanze die Blätter locken und auf dem Trieb bilden sich die typischen schwarzen Flecken. Ist das Schadbild erkannt, behandeln Sie den Buchs mit einem entsprechenden Mittel. Die Behandlung erfolgt ab Mitte Mai bis Oktober. Wiederholen Sie die Spritzung nach vier Wochen. Um einen erneuten Befall im Folgejahr zu vermeiden, wird die Behandlung im Frühjahr ab Mitte Mai wiederholt. Verwenden Sie ein Spritzgerät, das Sie genügend Druck aufbauen können, damit Sie diesen Pilz auch im Inneren der Pflanzen wirkungsvoll erreichen. Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, ist es wichtig, das Schnittwerkzeug zu desinfizieren. Beim Schnitt von Hecken und Einfassungen desinfizieren Sie die Schere alle ein bis zwei Meter. Eine weitere Massnahme ist, dass man den Buchs nicht über die Blätter bewässern, sondern direkt in Wurzelballen gissen. Mit der richtigen Behandlung treibt Ihre Buchs mit der neuen Vegetationsperiode wieder tiptop aus. Wir befinden uns hier im Garten von Frau Biri. Wie viele andere Gartenbesitzer haben auch Sie grosse Freude an Buchs. Grüezi Frau Biri. Grüezi Herr Fluder. Herzlich willkommen in unserem Garten. Wir sehen, Sie haben viele Buchs. Wieso das? Die Buchs ist eine wunderschöne Pflanze und sie hat mich schon immer fasziniert. Sie ist robust und pflegelicht. Man kann sie in verschiedene Formen schneiden, so wie es einem gefällt. Wie es Frau Biri schon erwähnt hat, ist der Buchs in vielen verschiedenen Situationen einsetzbar. Sei es hier als wunderbar geschnittene Einfassungshecken oder zum Beispiel als Kugeln im Gefäss. Damit der Buchs so robust aussieht, braucht er eigentlich nur einen optimalen Standort und eine regelmässige Nährstoffzufuhr. Damit Sie weiterhin viel Freude an Ihren Buchs haben können, ist eine regelmässige Kontrolle auf Pilzbefall sehr wichtig. Achtet Sie darauf, dass Sie rundherum und selbstverständlich auch im Inneren der Pflanzen kontrollieren. Zum Schluss meiner Tipp als Fachmann. Wichtig ist, dass Sie abgefallene Laub vom Boden entfernen und nicht im Kompost, sondern im Haus kehrigen, die in die Verbrennung geht, entsorgen. Auf Wiedersehen miteinander!